Heute geht es um VeChain, meine Preisprognose für das Jahr 2021. Was zeichnet VET aus? Gibt es Risiken, auf die man achten sollte? Handelt es sich um eine Kryptowährung, bei der ein Investment aktuell lukrativ sein könnte? Und ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um VET zu kaufen? Dazu schauen wir uns den Preischart von VeChain mal an. Verschiedene News rund um das Projekt und für diejenigen, die gar nicht wissen, was VeChain überhaupt ist, gibt es noch eine kleine Zusammenfassung von dem Coin, damit auch jeder einen Mehrwert aus diesem Video ziehen kann. Herzlich Willkommen zurück bei Thinkit Crypto. Falls du neu auf diesem Kanal bist, hier findest du Videos rund um das Thema Kryptowährungen, Preisprognosen, Neuigkeiten, Chartanalysen und zudem kommt jeden Sonntag ein Marktupdate, bei dem ich über die vergangene Woche spreche und wir uns anschauen, welche Preisniveaus du für die größten Kryptowährungen im Auge behalten solltest. Wenn sich das für dich gut anhört, dann abonniere gerne diesen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Wie immer, ich bin kein Finanzberater. In meinen Videos handelt es sich immer nur um meine eigene Meinung. Ich versuche euch auch keine Coins anzudrehen, die ihr kaufen müsst oder so. Ich gebe euch einfach meine Ansichten über das Thema Krypto weiter, damit ihr durch meine Infos, die ich auch immer versuche mit verschiedensten Daten und Fakten zu belegen, einen Zusatznutzen habt. Im Endeffekt müsst ihr euch natürlich aber auch selbst immer darüber informieren, welche Investmententscheidungen für euch persönlich die richtigen sind. Jetzt aber zu VeChain. Fangen wir mal mit ein paar allgemeinen Fakten an. VET hält sich nun schon seit längerer Zeit auf dem 20. Platz nach Marktkapitalisierung. Es ist auf jeden Fall eines der größeren Projekte. Aktuell kostet der Coin nur um die 10 Cent. VeChain wurde nämlich natürlich auch von diesem massiven Abverkauf, den wir Mitte, Ende April gesehen haben, betroffen. Das All-Time-High erreichte VET am 20. April, als der Preis bei fast 28 Cent notierte. Wir sind also ganz schön weit entfernt von unserem Allzeithoch. Ich glaube auch nicht, dass VeChain in der nahen Zukunft solche Preislevels noch mehr erreichen wird. Aber zu meiner Preisanalyse kommen wir ja später noch. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 6,5 Milliarden US-Dollar. Auf jeden Fall eine Menge Geld, die in VeChain steckt, obwohl der Preis ja stark gesunken ist. Die maximale Anzahl an VET, die jemals existieren werden, sind etwa 86 Milliarden Coins. Davon sind aber schon 74% in Zirkulation. Man muss sich also zum Thema Inflation keine Sorgen machen. Anders wie zum Beispiel bei Doge, wo keine maximale Anzahl an Coins festgelegt ist. Wenn wir uns hier mal den Chart anschauen, dann sehen wir, dass allein dieses Jahr VET maximal um über 1400% zulegte. Und auch jetzt sind wir immer noch 450% im Plus. Aber was ist VeChain überhaupt und was macht den Coin im Vergleich zu anderen Kryptowährungen besonders? VeChain wurde im Jahr 2015 gegründet. Die Blockchain-basierte Plattform ist hauptsächlich darauf spezialisiert, Prozesse im globalen Supply Chain Management zu verbessern. Nutzer der Plattform sind hauptsächlich also Unternehmen, die die Technologie von VeChain für ihre Lieferketten nutzen. Das System ermöglicht es nämlich den Herstellern, den Produkten, die sie in ihrem Bestand haben, eine eindeutige Identifikation zuzuordnen. Auf diese Weise können alle, also die Stakeholder, Kunden, Hersteller und auch Lieferkettenpartner, die Bewegung der Produkte in der Lieferkette zu jedem Zeitpunkt verfolgen. Das Hauptproblem für Unternehmen in der Informationstechnologie ist normalerweise nämlich der Vertrauensfaktor. Denn das traditionelle zentralisierte Speichern von Produktinformationen birgt die Gefahr, dass Daten gestohlen oder verändert werden. Außerdem sind die Daten auch anfällig für Hackerangriffe. Daher haben die VeChain-Entwickler eine Plattform geschaffen, auf der die Informationen in verteilten, schnellen und transparenten Plattformen gespeichert werden können. Mithilfe der Blockchain-Technologie werden alle Daten dezentral gespeichert, wodurch sie eben manipulationssicher sind. Die Endverbraucher, Einzelhändler und Produzenten müssen sich also nicht mehr blind vertrauen. Mithilfe von diesem transparenten Informationsfluss kann eine effiziente Zusammenarbeit zwischen allen Parteien garantiert werden. Für alle Technik-Nerds, die gerne ins Detail gehen, VeChain verwendet einen Proof-of-Authority-Konsens-Mechanismus. Der POA-Konsens-Algorithmus nutzt den Wertigkeitsgrad von Identitäten, was bedeutet, dass Blockprüfer keine Coins, sondern quasi ihren eigenen Ruf einsetzen. Daher werden POA-Blockchains durch die Validierungsknoten gesichert, die willkürlich als vertrauenswürdige Einheiten ausgewählt werden. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht zu sehr verwirrt, aber ganz allgemein ermöglicht das Proof-of-Authority-Modell, den Unternehmen ihre Privatsphäre zu wahren und gleichzeitig die Vorteile der Blockchain-Technologie zu nutzen. Außerdem ist es hoch skalierbar, da es auf einer begrenzten Anzahl von Block-Validatoren basiert. Persönlich finde ich VeChain sehr, sehr interessant, denn die Plattform findet auch wichtige Anwendungen in der realen Welt. Nicht wie viele andere Kryptowährungen, die keinem wirklichen Zweck dienen, außer sie zu staken oder damit Yieldfarming zu betreiben. Gehen wir jetzt aber mal rüber zum Chart, um uns anzuschauen, wie es aktuell mit dem Preis aussieht. Wir traden wie gesagt etwa bei 10 Cent. Bei 0,42 Cent hier habe ich den Bottom eingetragen, denn das war der tiefste Punkt, den VeChain während des Crashes erreichte. Da haben wir aber einen massiven Wig gesehen, denn allein diese Tageskerze schloss schon wieder über 10 Cent. Zurzeit konsolidieren wir aber für VeChain, so wie wir das auch bei den meisten Kryptowährungen sehen. Die Range, in der wir uns momentan befinden, liegt zwischen so knapp über 8 Cent und knapp unter 16 Cent. Das ist aber eine echt große Range, denn allein von wo wir aktuell traden bis zum Widerstand sind es etwa 60%. Und allein das ist ein super Trade, bei dem man gute Gewinne machen könnte. Ich denke aber auch, dass ein langfristiges Investment in VeChain sehr lukrativ sein wird, denn wie gesagt, das Projekt hat einen echten Nutzen und Lieferketten sind nichts, was irgendwie in der nahen Zukunft verschwinden wird. Und ein Einstiegspreis bei 10 Cent ist auf jeden Fall kein schlechter Deal. Auch für diejenigen, die eventuell bei 20 Cent oder auch höher gekauft haben, könnte man mit dem aktuellen Kurs auf jeden Fall seinen durchschnittlichen Einstiegspreis um einiges reduzieren. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass der Preis durchaus auch weiterfallen könnte. Allein wenn der Preis wieder das Level von diesem zweiten Wig hier erreicht, wäre das eine Abnahme von hier etwa 30%. Auf der Care-Seite sind die Gewinne, die man mit VeChain aber erzielen kann, auch extrem hoch. Man darf halt nicht aus Panik verkaufen, falls man jetzt kauft und der Preis zum Beispiel wieder auf 5 oder 6 Cent fällt. Man muss halt mit einberechnen, dass der Preis im Vergleich zu zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum um einiges mehr schwankt, nach oben sowie nach unten. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn der Bullrun weitergeht, dass wir dann auf jeden Fall zumindest wieder Preise um die 27 Cent sehen oder auch höher. Und das wäre über 200% Gewinn, mit einem meiner Meinung nach noch relativ sicheren Investment im Bereich Krypto. Vorausgesetzt aber natürlich, dass der Bullrun weitergeht. Davon bin ich aber persönlich überzeugt. Es gibt viele Indikatoren, die uns zeigen, dass diese Korrektur nicht der Anfang eines massiven Bärenmarkts ist. Dabei kann man zum Beispiel auf das Stock-to-Flow-Modell schauen, welches uns zeigt, dass der Bullrun auf jeden Fall immer noch intakt ist. Im Bullrun 2013 hatten wir zum Beispiel auch so eine Korrekturphase, nachdem der Preis aber auch wieder weiter ansteigen konnte. Wenn der Preis dem Modell weiterhin folgt, so wie er das auch in den letzten Jahren machte, dann ist das Preisziel von über 100.000 US-Dollar pro Bitcoin für diesen Bullrun immer noch anzunehmen. Und VeChain würde natürlich auch davon profitieren und es wäre sehr wahrscheinlich, dass auch VET neue Allzeithochs bildet. Eine Sache, die ich an VeChain auch sehr mag, ist das Tempo, in dem sie das ganze Projekt verbessern. Sie implementieren regelmäßig Änderungen, führen Upgrades durch und passen das System strategisch an die aktuellen Anforderungen und zukünftigen Herausforderungen der Plattform an. Und das finde ich super wichtig, denn auch wenn das Projekt sehr vielversprechend klingt, muss meiner Meinung nach ständig daran gearbeitet werden, um das Projekt noch besser zu machen. Mein Fazit zu VeChain Ich denke, dass das Projekt riesen Zukunftspotenzial hat. Mit dem Supply Chain Management Sektor als Bereich spricht VeChain praktisch jedes größere Unternehmen und jeden Verbraucher an. Neben seinen schon vielen Partnerschaften bin ich mir sicher, dass das Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist und VeChain in den kommenden Jahren noch deutlich wachsen wird. Den aktuellen Preis von etwa 10 Cent finde ich auch sehr billig und ein Investment könnte auf jeden Fall sehr lukrativ sein. Das war's zum Thema VeChain. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, welchen Coin ich in Zukunft noch behandeln soll. So, ich hoffe, das Video konnte jedem in irgendeiner Hinsicht weiterhelfen. Falls ja, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn du mich mit einem Abo unterstützt. Für heute war's das. Wir sehen uns im nächsten Video. Für heute war's das. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank.